Musik Das Vier-Sterne-Kur-Hotel Ambiente befindet sich im Zentrum von Karlsbad gegenüber der Sprudelkolonnade hinter der Maria Magdalena Kathedrale. In diesem Hotel haben sie eine Auswahl aus 39 elegant eingerichteten Zimmern. Alle Zimmer sind komfortabel eingerichtet, haben SAT-TV mit Empfang für russische und internationale Kanäle und auch Telefon gehören zum Standard. In der Zimmerkategorie Standard verfügen sie über ein geräumiges Schlafzimmer mit einer Sitzecke und Schreibtisch. Ein gut ausgestattetes Badezimmer mit Badewanne ist ebenfalls Standard. In der Zimmerkategorie Junior Suite verfügen sie über ein geräumiges Schlafzimmer. Darüber hinaus haben sie hier ein separates Wohnzimmer mit Sitzecke und Schreibtisch und ein geräumiges Badezimmer mit allem Komfort. Nachdem der Zimmerkategorie Nachdem der Zimmerkategorie Nach dem Eintreffen im Hotel führen die Kurärzte Anamnesegespräche und Untersuchungen mit unseren Gästen durch. Nach den Untersuchungen empfiehlt der Arzt die notwendigen Behandlungen im Bereich der Hydrotherapie und der Trinkkur. Die Kurbehandlungen finden direkt im Hydrotherapiezentrum statt. Dafür steht die modernste medizinische Technik zur Verfügung. Eine weitere Auswahl an Behandlungen bietet der Schönheitssalon und das Sparcenter zum Beispiel für Massagen. Die Verpflegung unserer Gäste findet im Restaurant Maria Magdalena statt, welches sich im dritten Stockwerk des Hotels befindet und eine wunderschöne Aussicht auf das historische Karlsbad eröffnet. Das Frühstück, Mittagessen und Abendessen findet in Buffetform statt. Das Angebot der Küche bietet eine breite Auswahl an vegetarischen Speisen, Diätküche und tschechische wie internationale Spezialitäten. Das wäre freindlich. Untertitelung des ZDF, 2020